So, was geht ab, Seaside Clubbers und wir haben ein kleines Ratespiel, wo wir heute wohl sind. So, für alle, die es noch nicht erraten haben, richtig, wir sind in Mainz und zwar haben wir heute eine ganz besondere Ehre. Wir sind beim 20-jährigen Manager-Jubiläum von Christian Heidel, vom Manager von Mainz 05. Ja, wir machen heute einen Überraschungsauftritt. Seaside Clubbers und Clubberinas, Vollgas! So, was geht ab, Seaside Clubbers? So, was geht ab? So, was geht ab? Ich bin egal.